Hallo Leute! Heute nochmal Juro wieder. Heute spielen wir wieder Fortnite. Heute müssen wir fünf Kills schaffen. Fünf Kills in einer Runde. Wir spielen Team Let's Go! Diese Woche waren keine Videos von mir gekommen. Aber von heute kommen wieder Videos von mir. So, gehen wir in die Runde rein. Ich habe immer noch den Skling da. Habe ich immer noch ausgelöstet, weil ich finde, die Kombi ist auch so cool. Von diesem Skling. Wir müssen fünf Kills schaffen. Das ist doch möglich. Ich finde zehn sind schon ein bisschen viel. Ich finde, wir müssen das nicht mehr schaffen. Landen wir hier. Let's go. Okay, landen wir hier. Let's go. Okay, landen wir hier. Okay, let's go. So. Fünf Kills müssen wir jetzt schaffen. Das ist möglich. Das ist möglich. Alright, ich habe hier. So. 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 So, noch Heilung, da auch noch Heilung. Ich habe sehr viel Heine mit Scroll. Ja, bye. So, noch Heilung. So, noch Heilung. So, noch Heilung. So, noch Heilung, da auch Heilung, da auch Heilung, da auch Heilung. So, noch Heilung, da auch Heilung. So, noch Heilung, da auch Heilung. Okay, jetzt brauche ich nur noch 4 Kills und dann habe ich es geschafft. Wieso klauen die mein Kind? Ich bin gestresst, aber es haben noch viele Spieler, es sind noch viele Spieler unterwegs. Ich bin gestresst, ich bin gestresst. Ich bin gestresst, ich bin gestresst. So. 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 Okay. So, ja. Hier ist die Mitte... Hier... 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 Okay... Ich brauche Spiele... Wo sie töten... Ich habe nur 1 Kill jetzt... Ich brauche noch 4 Kills und dann habe ich's... Geschafft... Eins, halt bitte! Der wird nicht verletzt! Ich weiß nicht... Menschen, die sind zurückgegangen! Während ich zurück! Das ist ein 2 Kills! Ich bin certo! war das mein 3er kill? ok wir sind gut drin hey da haben wir wieder das kill weg gemacht 3 kills auf 2 kills brauche ich und dann haben wir es geschafft wäre eigentlich mein kill gewesen aber so gimme die Son so gimme die Son 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 Das ist mehr als genug Leute. Ach, das ist mehr als genug Leute. Das ist mehr als genug Leute. Untertitelung des ZDF, 2020 das funktioniert jetzt bin ich gestresst jetzt Okay. Okay. Ich habe hier noch 5 Kills. Ist immer noch gut. Wir haben die Challenge eigentlich schon geschafft. Immer noch 5 Kills. So. So. Okay. Okay. Ich kann sicher noch 1 Kill machen oder so. Ich denke ich kann sicher noch 1 oder 2 Kills machen. Okay. Okay. So. ich habe jetzt 6 Kills ich habe schon über 5 Kills das ist jetzt ein gutes Zeichen auch wenn wir die Runde nicht gewinnen habe ich es geschafft ich muss auch gar keine Angst mehr haben dass wir die Challenge verlieren jetzt habe ich noch einen Biggie das ist 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 Jetzt habe ich schon sieben Kills. Ich habe sie geknackt. Sieben Kills habe ich schon geknackt. Ich habe sie geknackt, ich habe sie geknackt, ich habe sie geknackt. Ich habe sie geknackt, ich habe sie geknackt. Ich habe sie 5 Kills geschafft. Ich habe 5 Kills geschafft. Ich habe sie geknackt, ich habe sie geknackt, ich habe sie geknackt. Ich habe sie 5 Kills geschafft. Ich habe sie 7 Kills geschafft. Ich habe sie 5 Kills gemacht. Ich habe sie 8 Kills gemacht. Wir haben 5 Kills gemacht. Wir haben 5 Kills geknackt und 7 Kills gemacht. 5 Kills haben wir machen sollen. Haben wir auch gemacht. Weil 10 wären zu viel gewesen. Ich hätte 5 wären zu viel gewesen. Aber das war's. Das war's für uns im Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und ich will noch sagen, morgen gehe ich dann live. Morgen gehe ich live. 8 Uhr, 8, 9 Uhr gehe ich live. Und, ähm, seid dabei. Wir sind wieder Fortnite. Oder Minecraft. Aber, seid dabei. Morgen beim Live-Team, 8 Uhr oder 9 Uhr. Okay, zu schauen, ob ich denke, 8 Uhr oder 9 Uhr oder 10 Uhr. Spätestens 10 Uhr. Aber, ich denke, 8 Uhr oder 7 Uhr. 8 Uhr oder 9 Uhr. Aber, das war's in diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Okay, tschau.